Hallo und willkommen zu meinem ersten Info-Video in Englisch und Englisch. Und erstens nur ein paar Worte in Englisch, damit meine deutschen Zuschauer verstehen können, was dieses Info-Video ist. So, um, first of all, I wanted to say thank you. A big, big and huge thank you to all the fans watching my videos in German. Um, even if I'm talking German in the videos, you're giving me comments and you're writing to me and giving me feedback in English. And that's, that's so awesome. Um, I'm getting goosebumps right now. I'm really, really glad that you're going to support me and write me a feedback in English. So, um, thanks to all the fans out there from Croatia, from the Ukraine, Russia, Turkey. There's so many countries, um, people coming from and watching my videos. So, it's a huge surprise for me and I'm really glad that you're watching my videos. So, again, thanks. This video, um, is all about cheating in GassGassNurs. So, I wanted to let you know I'm not cheating in my regular gameplay. I think cheating sucks. But, um, since this video, uh, this, this game is such a bitch and I couldn't find any information video about that cheats, um, I said, okay, let's do it. Let's show you how you're going to cheat in GassGassNurs. So, first of all, um, I'm going to create a new profile since I'm not going to use my gameplay profile. I'm adding a new one with a plus. It's called cheating sucker. And the profile name is... ...bitch. So, um, the bitch is the profile and our nickname is the cheating sucker. So, um, you have to bring up the console. And now it's getting a bit weird, uh, weird, since, um, I'm hitting the letter U on my German keyboard. Um, it's an O with two dots above. Um, then you bring up this console. Um, in your case, if you don't have the U on your keyboard, um, you may, uh, hit the little wave thing. I don't know what it's exactly called, but it's close to the return, uh, key, uh, or the backspace key. Uh, so, you're hitting this little wave. Maybe I can show it to you. No, this is a star. Let's see if I can make it. Yes, this one. You see, this is the little wave I'm talking about. And, well, you've got a console. That's everything that matters. And now I'm going to show you five commands and what they are doing in GassGassNurs. Well, well. So, the first command I'm going to show you is the mode you always wanted to have. It's the godlike mode. And please be careful. The uppercase letters have to be uppercase. It's really important. All the cheats are case sensitive. So, I'm going to write down all the cheats in the description below too. So, you can just copy paste them if you like. But, um, please be careful. They're only working if you write them in the right case. So, the first one is Chi. Godlike. And the game is giving you some feedback if you're doing it right. And you hit enter. And there's the godlike mode is on. So, what's the godlike mode? It means you're just, um, invincible. Nobody can hurt you. Nothing can bring you down. You're just the god in GassGassNurs. Who don't want to be the god in GassGassNurs? So, this is, uh, the godlike mode. You can also easily disable it if you just retype, um, the cheat code and it's off again. So, the next one is really awesome. Uh, I really, I was close to just try it out since this one enables all the items, all the cars, all the weapons, and it's G, underline, IGNORE, and then uppercase LOCKS. So, be careful, ignore, I, K-sensitive, L, also K-sensitive. You hit enter and the LOCKS are ignored. Now, if you hit the car shop, you see there are everywhere LOCKS. This means you have to go back to the main menu and just resume the campaign. After loading, you should have all the cars available. Just check the car shop and you'll see everything in there. You've got all the cars. I'm so going to try, no, 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 I can't, I can't. But this looks so awesome. Let it just load. Okay, enough for that. And as you see, we just checked the stats on the left side. Awesome, awesome, awesome. Okay, but we're going to race that regularly. So, you see, weapons, everything is enabled, all the upgrades are enabled. This is what the code is giving you. All items, all cars, all upgrades. The next one is also very important. It's G underline money. And then you just give in the amount of money you want. Like 100,000. And you see, if I hit enter, the cash goes to 100,000. So, that's G money. And the next one is also very important or really awesome. The ranking cheat. This means, you see, I'm ranked 16th with zero points. And if I'm going to use the code G, score, and add 50, hit enter. My new score is 50. And if I'm going to the ranking list, nope. If I'm going to the main menu back again, hit resume. And then you go to the ranking list, it should do the job. So, now I'm going to check ranking list. As you see, I'm first. And in the ranking list, I got 50 points. I'm first. This would mean, if I'm going to race, I should have the ability to, yes, make the tournament. So, this cheat enables you immediately to the tournament races. So, the last one is also a very neat cheat code. And it's called G rank unlock. Also, be prepared. The R is in uppercase and the U is in uppercase. What this code does, if you fail the race and you You had the third place, probably, in the last race. And you're not, and you don't like that place. You can just use G rank unlock, hit like one. And your last race, you've just made, is going to be changed from the third place to the first place. In stats, and also would enable all the features like items you get, the cars you get, the money you get. So, since I didn't race anything here, we can, I can't show you. So, that's all the cheats we got. In godlike mode, ignore locks enables everything you can get, the money code cheat, rank unlock, like as you see right now, and the score where you can cheat yourself up in the ranking list to the first place immediately. So, once again, I wanted to thank you for all the support. I hope you liked the cheating video. Um, give me thumbs up, um, add it to your favorites, would be awesome. And, a big thanks again to all the fans out there who are watching my videos. Um, I'm, I'm really glad about your feedback. And maybe you can write, um, in the comments below, if you would like to see some English commented videos from me on YouTube. I would be really surprised, um, what, what you're thinking about. And, um, maybe you can give me some information, if my English is good enough, or if you, if, if you even understand what I'm talking about. Would be not too bad if you do understand what I'm talking about. So, um, that's it. Now I'm going to make the tutorial in German and I'm signing off to all the English fans. Thank you and goodbye. So, meine Freunde, ich werde hier diesen Start auch in dem Video unten in der Beschreibung verlinken, dass ihr wisst, wann der deutsche Part anfängt. Und zwar habe ich gerade auf Englisch wunderbar erklärt, was es alles für Cheats gibt hier in diesem wunderbaren Spiel. Und, ähm, wir werden das Ganze nochmal von vorne beginnen. Und zwar machen wir das Ganze mal zu, dass ihr das auch von mir, nein, noch nicht von den Optionen, nochmal gezeigt bekommt, wie das Ganze hier funktioniert. Dazu werde ich jetzt noch ein neues Profil erstellen, so habe ich das vorhin auch gemacht, und zwar mit diesem schönen Plus. Und das Ganze nehmen wir German Cheater. Und als Nicknamen nehmen wir Gitte. Yo, German Cheater. Den nehmen wir. Und dann drücken wir die Taste Ö. Und mit der Taste Ö bekommen wir dieses wunderbare Menü. So, dann müssen wir hier natürlich eine neue Kampagne anfangen. Und ich werde euch jetzt mal die fünf verschiedenen Cheatcodes vorstellen. Unser erster Cheatcode wäre, ähm, Godlike Mode. Godlike Mode, glaube ich, brauche ich nicht viel zu erzählen, ist der, ähm, unbesiegbare Mode. Und das Ganze wird jetzt hier in der Konsole mit G unterstrich, Godlike, Enter. Dann seht ihr hier, the Godlike Mode is on, das heißt, alles klar, unbesiegbar. Das Ganze schaltet wieder aus mit G, Godlike und das Ganze ist wieder aus. Gut, das war der erste Cheat. Der zweite wäre G unterstrich oder G, ignore, ignore, locks. Ganz wichtig, immer auf die großen Kleinschreibungen achten. G, ignore, locks. Also I groß, L groß und das G am Anfang wie immer. These locks are ignored. So, was haben wir jetzt gemacht? Und zwar müsst ihr hier, damit dieser Cheat funktioniert, nochmal zurück ins Menü. Müsst Resume nochmal drücken, um wieder das Ganze zu laden. Und wie ihr seht, ich habe ja gerade eine neue Kampagne angefangen, das heißt, ich habe ja überhaupt nichts. Weder Waffen, noch Munition, noch Autos, aber jetzt guckt doch mal, was ich hier im Car-Shop kaufen kann. Jedes Auto ist freigeschalten, aber auch wirklich jedes. Und das Ganze gilt natürlich auch für die Waffen. Sind auch freigeschalten, gut, bei dem Auto gehen nur diese vier hier, aber stellt euch vor, ich hatte ein anderes Auto, genauso wie die Upgrades. Alles am Start, kann einfach alles kaufen, bin noch kein einziges Rennen gefahren. Also, G, ignore, locks, schaltet alles frei, was das Spiel zu bieten hat. Einfach alles. Der nächste Cheat ist natürlich auch ein sehr schöner Cheat, wie ihr seht, Cash habe ich gerade 250$, der Cheat heißt G-Money, Money Baby. Und dann gebt ihr ein, zum Beispiel, wenn mein PC jetzt hier wieder mitspielt, 10.000. Gehen wir mal wieder zurück, damit ihr es so seht. 250$ habe ich jetzt, ich gebe 10.000 ein, drücke Enter, zack, 10.000$. Ganz klarer Money Cheat. Dann der nächste, wer G-Score. Ihr seht gerade in der Ranking-List habe ich 16, äh, ich bin 16er mit 0 Punkten. Das können wir ändern. G-Score, großes S und dann geben wir mal ein, 80, drücken Enter. New Score 50. Dann gucken wir mal, jetzt in der Ranking-List hat sich wieder noch nichts geändert. Auch mein Rank hier oben ist noch Platz 16. Also gehen wir wieder zurück ins Menü. Machen wieder Resume. Die neue Karriere oder Campaign, die wir geladen haben. Und jetzt sehen wir gleich oben rechts. Was sehen wir da? Wir werden wahrscheinlich Erster sein. Und in der Ranking-List sind wir auch Erster mit 50 Punkten. Wie gesagt, G-Score 50 gibt euch diese Punktzahl. Und wenn wir jetzt auf Continue gehen, können wir auch gleich hier das Tournament fahren, weil wir natürlich Erster sind. Das heißt, wir müssen hier uns nicht wieder mühselig hochfahren und können jetzt gleich zack durchfahren, das Tournament. Dann gibt es noch einen Cheat-Code und zwar, falls ihr im letzten Rennen irgendwie Dritter geworden seid oder Vierter oder sowas und denkt, ach scheiße, ähm, ich brauche doch aber mindestens einen zweiten Platz, gibt es noch einen Cheat für euch, den ich jetzt nur nicht demonstrieren kann, weil ich müsste ein Rennen fahren. Und zwar ist es G-Rank und dann Unlock und dann gibt ihr den Platz ein. Den ihr im letzten Rennen haben wolltet. Das heißt, ihr seid Vierter geworden, wolltet aber Zweiter werden, dann gebt ihr ein G-Rank Unlocked 2 und der wird rückwirkend euch alles geben, was ihr für den zweiten Platz erhalten würdet. Auto, Kohle, Upgrades, wie auch immer. Das Ganze geht natürlich auch mit 1, das heißt, ihr werdet Achter Platz, gebt ein G-Rank Unlocked 1 und schon seid ihr im Nachhinein Erster in diesem Race geworden und die ganzen Stats passen sich an. Könnte natürlich wieder sein, dass ihr wieder dann aus dem Menü raus müsst und die Karriere wieder resumen müsst, so wie es bei den anderen Cheats auch war. Aber das waren alle 5 Cheats. Mit Ö schließt ihr das Ganze wieder. Öffnen, schließen, öffnen, schließen. Und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dieses Video favorisiert, mir einen Daumen hoch gebt. Ich habe so dieses Video noch nirgendwo auf YouTube gesehen, ich glaube, ich bin der Erste, der dieses Cheat-Video gemacht hat mit allen 5 Cheats und dieser Cheat-Konsole. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr habt noch ein schönes Wochenende, wünsche euch alles Gute und bleibt mir geflogen. Ciao! 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 Ciao!